Die Familie Wollny erhebt krasse Vorwürfe gegeneinander. Jeremy Pascal Wollny, Kalanta Wollny und Sylvia Wollny haben nun jeweils eigene Statements abgegeben. Kalanta Wollny hatte zuletzt immer wieder Vorwürfe gegen Mitglieder ihrer Familie erhoben. Bei Sylvia Wollny ging es um die kleine Katalelia, auch Püppi genannt, bei Bruder Jeremy Pascal Wollny, um eine angebliche Straftat. Der reagierte am Sonntag, den 4. Februar 2024 auf die Behauptungen, dementierte sie und erklärte, seine Schwester sei psychisch krank. Außerdem verkündete er, sich wieder mit seiner Mutter und den Geschwistern versöhnt zu haben. Nun hat sich auch Kalanta, am späten Dienstagabend, 7. Februar 2024, mit einem Gegenstatement gemeldet. Da ihr Instagram-Profil privat ist und es Verdachtsberichterstattung zu vermeiden gilt, können wir ihre Ausführungen an dieser Stelle nicht wiedergeben. Es sei jedoch gesagt, dass sie darin zwar über psychische Probleme wie Depressionen spricht, eine Drogenabhängigkeit aber vehement dementierte. Des Weiteren erklärte Kalanta, ihr Kind sei mittlerweile von ihrer Mutter Sylvia Wollny adoptiert worden. Die 23-Jährige fühlt sich in ein falsches Licht gerückt, ist empört über die Versöhnung ihrer Mutter mit Bruder Jeremy Pascal. Die Wollnys Nach Jeremy Pascal Wollny reagiert auch Sylvia Wollny mit Statement auf Kalanta Wollnys Vorwürfe. Nur kurze Zeit später griff Sylvia Wollny einige der Aussagen ihrer Tochter auf und reagierte mit einer eigenen Stellungnahme, die sie ebenfalls, gegen 23.30 Uhr am Dienstagabend, den 7. Februar, auf Instagram veröffentlichte. Ihre Töchter Loredana Wollny und Sarafina Wollny wiederum teilten Hinweise auf das Statement in ihren Instagram-Stories. Sylvia Wollnys Version der Ereignisse und der Situation um Kataleja Wollny lautet, wie folgt. Ich fühle mich heute dazu veranlasst, auf die jüngsten öffentlichen Angriffe meiner Tochter Kalanta einzugehen und einige Klarstellungen vorzunehmen. Es ist schmerzhaft zu sehen, wie unser familiäres Verhältnis in den letzten Monaten in den sozialen Medien verzerrt wird. Ich möchte betonen, dass Kalanta stets meine bedingungslose Unterstützung erfahren hat. Als Mutter habe ich mein Bestes getan. Am 20. Dezember letzten Jahres wurden jedoch die finanziellen Unterstützungen eingestellt, und seitdem sind bedauerlicherweise öffentlich Unwahrheiten über mich und meine Familie verbreitet worden. Es war Kalantas eigene Entscheidung, vor einigen Jahren das Haus in einer Nacht- und Nebelaktion, ohne die Kleine zu verlassen. In einer Nachricht, die sie uns hinterlassen hat, teilte sie uns mit, dass sie nicht bereit ist, Mama zu sein, gibt Sylvia Wollny an. Dies war für uns alle eine herausfordernde Zeit, und ich habe versucht, mit Verständnis zu reagieren, auch wenn das nicht immer leicht gefallen ist, haben wir es als Familie gemeistert. Es ist wichtig zu sagen, dass niemand Kalanta den Umgang mit ihrem Kind verwehrt hat. Ich habe immer versucht zu helfen, auch wenn die räumliche Entfernung von 600 Kilometern und ihre Uneinsichtigkeit in vielen Punkten einige Dinge erschwert haben. Die Vorwürfe gegen Jeremy Pascal wurden vor Jahren gerichtlich geprüft, und das Verfahren wurde aufgrund § 154 eingestellt. In Anbetracht der Wichtigkeit, die Privatsphäre und das Wohlbefinden aller Beteiligten zu respektieren, wäre es angebracht, auf weitere Spekulationen zu verzichten. Ich hoffe auf Verständnis und hoffe, dass wir in Zukunft in der Lage sein werden, unsere Differenzen respektvoll und privat zu klären. Dieses Statement wird das einzige zu diesen Themen sein.